Ö1 Podcast Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine kompakte Geschichte Österreichs mit Ernst Bruckmüller und Wolfgang Ritschel. Heute das 21. Jahrhundert. Von der ersten ÖVP-FPÖ-Koalition bis zur Koalition ÖVP-Grüne. Bei den Nationalratswahlen 1999 verloren sowohl SPÖ als auch ÖVP an Stimmen. Die SPÖ war dennoch stimmenstärkste Partei. Auf Platz 2 landete die FPÖ mit wenigen hundert Stimmen Vorsprung auf die ÖVP. Spitzenkandidat Wolfgang Schüssel, der im Wahlkampf erklärt hatte, in Opposition zu gehen, wenn die ÖVP nur auf dem dritten Platz landen werde, bildete nach dem Scheitern der Verhandlungen mit der SPÖ dennoch eine Koalition mit der FPÖ. Der unwillige Bundespräsident Thomas Klästil musste diese akzeptieren, lehnte aber einige FPÖ-Minister ab und setzte eine Präambel für die Regierungserklärung durch, die ein Bekenntnis zu den europäischen Werten und der Mitverantwortung Österreichs an den Verbrechen des Nationalsozialismus enthielt. Außergewöhnlich war jetzt nicht nur das Zustandekommen dieser schwarz-blauen Koalition, sondern auch die Folgen. Ja, die Folgen waren dramatisch. Es gab sofort einen Boykottaufruf im gesamten europäischen Bereich. Der ging insbesondere von Belgien aus. Also niemand geht mehr Skifahren nach Österreich. Wobei man dann das genauer beschrieben hat. Ja, die Kontakte der Regierungen zu österreichischen Regierungen werden so eingeschränkt und so weiter. Aber es war jedenfalls eine helle Welle der Empörung in ganz Europa zu spüren, wie kann man da mit diesen Neonazis da und den Haider eine Regierung bilden, wobei Haider selber ja nicht in die Regierung eingetreten ist. Nun, die Regierung, insbesondere Schüssel, war so klug, aus diesem quasi Boykott der europäischen Nachbarn eine Welle der Zustimmung im Land zu machen, also empört, die Besen von außen. Das ist ja eine gute alte Taktik, dass im Inneren die Reihen geschlossen werden, wenn der Feind von außen antritt. Und man hat das dann auch bald in Brüssel eingesehen. Und da gab es also irgendwelche Weisen, die dann nach einigen Monaten gesagt haben, naja, bitte eigentlich, Geschichte hat dort eh nichts. Es wird niemand umgebracht, niemand eingesperrt. Es hängen auch noch keine Hakenkreisfahnen. Also beruhigt es auch wieder ein wenig. Andererseits hat die Regierungsbeteiligung zum Bruch innerhalb der Freiheitlichen Partei geführt, weil man kann nicht gleichzeitig Regieren und Opposition machen. Das führt dann quasi zu einem Aufstand eines Teils der Partei gegen die Parteiführung. Das berühmte Knittelfeld, das hat dann Schüssel benutzt, um eine Neuwahl auszulösen. Und diese Neuwahl hat ihm dann einen relativ großen Erfolg eingetragen. Wenn man sich jetzt die Leistungen der Regierungen Schüssel 1 und Schüssel 2 anschaut, dann sticht heraus, dass Just unter Schwarz-Blau es endlich zu Entschädigungszahlungen für frühere Zwangsarbeiter in Österreich während der NS-Zeit gekommen ist. Dafür wurde ja auch ein Versöhnungsfonds eingerichtet. Ja, das war eine durchaus sinnvolle Geschichte. Es gab natürlich massiven Druck aus dem Ausland. Die Verhandlungen wurden geführt von einem amerikanischen Staatssekretär Stuart Eisenstadt und auf österreichischer Seite von Maria Schaumeyer, die ja auch Präsidentin der Nationalbank gewesen war. Schüssel selber hat sich in diese Verhandlungen zwar nicht direkt eingemengt, aber stets informiert und hat jeden Schritt, den Frau Schaumeyer getan hat, immer quasi abgenickt. So kam es dann zur Gründung dieses Versöhnungsfonds mit Leistungen sowohl der Republik als auch der Wirtschaft. Und diese Leistungen sind dann früheren Zwangsarbeitern in Österreich zugute gekommen. Das hat insgesamt mehr als 300 Millionen Euro bewegt. Angegangen wurde eine Pensionsreform, eine Universitätsreform. In gewisser Weise kam es aber auch zum Ende der Sozialpartnerschaft. War das so ein neoliberaler Aufbruch, zumindest im Geiste, ein Versuch? Naja, besonders liberal war ja weder die ÖVP, die war nie liberal, also auch die FPÖ, die war nicht mehr liberal, die war das in den 50er Jahren viel mehr. Was aber liberal war, war das Wirtschaftssystem der EU. Und da gehörte man nun seit 1995 dazu. Und die Regelungen der EU, also die gemeinsam erarbeiteten Regelungen der Europäischen Union, galten und gelten insbesondere für den Wirtschaftsbereich als Recht über dem nationalen Recht. Das heißt, hier hatte dann eigentlich die nationale Gesetzgebung, aber auch die nationalen Organisationen der Sozialpartnerschaft eigentlich ihre Raison der Ätter verloren. 2002 kam es zu vorgezogenen Neuwahlen, die Wolfgang Schüssel deutlich gewann. Da wäre auch eine ÖVP-Grüne-Koalition möglich gewesen. Diese wurde aber von der grünen Basis abgelehnt. Es kam dann bis 2006 zu einer weiteren Koalition jetzt zwischen Wolfgang Schüssel und dem abgespaltenen Flügel der FPÖ, dem BZÖ unter Jörg Haider. Von 2007 an stellte dann wieder die SPÖ den Bundeskanzler in rot-schwarzen Koalition an. Wenn Sie als Historiker, Herr Bruckmüller, von weit oben auf das Österreich in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts herabblicken, welche gesellschaftlichen Veränderungen sind denn da für Sie signifikant? Die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich da abspielen, sind unsichtbar. Das sind nicht die großen Zeichen und die großen Gesetze, sondern was sich verändert, ist einmal die Arbeitswelt. Die Arbeitswelt verändert sich schnell und total in Richtung Nachfrage nach höher Gebildeten, nach Computerfachleuten, nach Leuten, die sich bei IT und so weiter auskennen. Es gibt einen raschen Bedeutungsverlust von traditionellen Berufen wie Handwerkern oder Facharbeitern, die also alle sehr schnell ihre Bedeutung verlieren. Also ein starker Wandel in der Wirtschaft und das heißt auch ein starker Wandel in der Nachfrage nach Arbeitskräften. Man fragt sehr viele höher qualifizierte Arbeitskräfte nach. Schon 2012 waren ungefähr 40 Prozent der Arbeitskräfte ungefähr auf Matura-Niveau oder sollten dort sein und schon 10 Prozent auf Akademiker-Niveau. Das ist eine Tendenz, die sich noch fortsetzt und auch dazu führt, dass Institutionen, die höhere Bildung versprechen, weit über den staatlichen Bereich hinaus aktiv werden. Also das ist eine erhebliche Veränderung. Natürlich tendiert alles zum Dienstleistungssektor, aber Österreich ist immer noch ein Land der Industrie. Wir haben immer noch etwa 20 Prozent der Beschäftigten im produktiven Bereich. Also Österreich ist immer noch ein wichtiges Land im Bereich der Sachgütererzeugung. Im 21. Jahrhundert wurde Österreich dann auch deutlich von einem Auswanderungs- zu einem Einwanderungsland. Und zwar schon vor dem Jahr 2015, in dem eine große Zahl an Flüchtlingen das Geschehen in Österreich bestimmt hat. Ja, diese Veränderung beginnt eigentlich schon mit dem Anfang der Zweiten Republik. In der Ersten Republik war Österreich ein Abwanderungsland. Ungefähr 60.000 Menschen aus Österreich sind weggegangen aus der kleinen Republik mit ihren reduzierten sozialen Chancen. 1945 sind von den durchziehenden flüchtenden Volksdeutschen und flüchtenden Sudetendeutschen doch einige Hunderttausend letztlich in Österreich geblieben. Von den späteren Flüchtlingswellen 1956 oder 1968 waren es viel weniger, aber doch auch immer etwa 18 Prozent der geflohenen Ungarn und auch einige Tausend Tschechen und auch wieder später Polen in den Zeiten des Kriegsrechtes. Was wirklich verändernd wirkte, war ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre der Zustrom von Arbeitskräften, die dringend gesucht wurden, weil der österreichische Arbeitsmarkt ausgetrocknet war. Das waren die ersten sogenannten Gastarbeiterkontingente aus Jugoslawien und aus der Türkei. Und diese Zuwanderung aus dem Südosten Europas beginnt also schön langsam hier zu sickern. Allerdings in den ersten zwei Jahrzehnten hat sich diese Zuwanderung im Bereich der Konjunktur bewegt. Das heißt wachsende Konjunktur, wachsende Zuwanderung. Bei schlechten Zeiten in einer Krise werden diese Arbeitskräfte sofort wieder abgestoßen und gehen wieder zurück in ihre Herkunftsländer. Das ändert sich dann mit den 90er Jahren. Zunächst mit der Jugoslawien-Krise, als jetzt eben nicht mehr Zuwanderer wegen Arbeitsplätzen kamen, sondern Flüchtlinge aus einem Kriegsgebiet. Dann kamen weitere Kriegsgebiete dazu, die Tschetschenien-Krise und schließlich der Große Bürgerkrieg in Syrien seit dem Beginn des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. Diese neuen Zuwanderungsbewegungen haben nun allerdings nicht mehr im Einklang mit der Konjunktur stattgefunden, sondern im Einklang mit der Konjunktur der internationalen Krisen. Also es kamen zuerst Flüchtlinge aus Bosnien oder Kroatien und dann später eben aus Tschetschenien und so weiter. Wir kennen also alle diese internationalen Krisenherde. Das Problem war, abgesehen von der Frage der Akzeptanz durch die einheimische Bevölkerung, vor allem, dass im 21. Jahrhundert die österreichische Konjunktur nicht so recht anspringen wollte. Wir haben 2008 neu die internationale Finanzkrise und nach der Finanzkrise ist die österreichische Wirtschaft durch viele Jahre fast gar nicht gewachsen und auch so knapp vor 2020, wieder ein neues Krisenjahr, nur sehr schwach. Das heißt, die starke Zuwanderung stößt auf einen Arbeitsmarkt, der nicht mehr so aufnahmewillig war wie in den 1960er und 70er Jahren. Und das ist ein großes Problem, das natürlich auch noch verschärft wird durch kulturelle Akzeptanzprobleme zwischen diversen Mehrheitsbevölkerungen, die wir ja auch schon haben, und diversen Minderheitsgruppierungen. Nach einem türkisblauen Zwischenspiel, das mit der teilweisen Veröffentlichung des Ibiza-Videos sein Ende fand, folgte 2019 die Bildung einer Koalition aus ÖVP und Grünen. Und als Bundespräsident antiert ein ehemaliger grüner Parteichef. Können Sie als Historiker, Herr Bruckmüller, das schon einordnen oder braucht es dazu erst zumindest ein Jahrzehnt Distanz, um diese Veränderungen in der politischen Landschaft in ihrer Bedeutung einschätzen zu können? Ich denke, da würden wir noch eine gewisse Zeit des Beobachtens brauchen und auch um eine gewisse langfristige Entwicklung festzustellen. Alles, was man sagen kann, ist, die traditionellen Parteien haben in ihren ewigen Koalitionen sehr stark abgebaute Zustimmung zu SPÖ und ÖVP ist also sehr stark zurückgegangen. Daher kam es bei der Bundespräsidentenwahl 2016 überraschend zur Wahl eines grünen Kandidaten, dem in der Stichwahl ebenso überraschend ein freiheitlicher Kandidat gegenüberstand. Die großen Parteien der Zweiten Republik haben ihre Kandidaten nicht einmal in die Stichwahl hineingebracht. Das zeigt sicher eine gravierende mentale und politische Veränderung an, deren endgültiges Ziel wir aber freilich noch nicht kennen. Das 21. Jahrhundert Von der ersten ÖVP-FPÖ-Koalition bis zur Koalition ÖVP-Grüne Das war die 29. und letzte Folge einer kompakten Geschichte Österreichs mit dem Historiker Ernst Bruckmüller. Die Fragen stellte Wolfgang Ritschel. Bücher von Ernst Bruckmüller finden Sie unter oe1.orf.at-archiv-geschichte Österreichs. Eben dort sind alle Folgen dieses Podcasts dauerhaft nachhörbar. Und alle Folgen dieses Podcasts dauerhaft nachhörbar.